Hallöchen, mein Name ist Nadine von stampingclub.de. Heute möchte ich mit euch kleine Gastgeschenke, die ideal sind für eine Hochzeit basteln. Ihr benötigt dafür ein Stück Farbkarton in Puder Rosa mit den Maßen 5 x 10 cm. Dieses Stück falzen wir nun bei 1 cm, 2,5 cm, 7,5 cm und 9 cm. Um im Gastgeschenk ein Stück Schokolade zu verstecken, nutzen wir die Stanze Kreis 1,5 Inch und machen damit in die Mitte des Farbkartons ein Loch. Ein kleines Stück Post-it dient mir hier als Schablone. Während der Celebration könnt ihr euch das besondere Designerpapier Frühlingsglanz mit den wunderhübschen, roséfarbenen Akzenten schenken lassen. Dieses Stück schneide ich mir auf 5,1 x 28 cm zu und falze beide Seiten bei 11,5 cm. Das Designerpapier stanze ich an beiden Enden mit der Stanze gewählter Anhänger. Für besonders scharfe Falzkanten nutze ich nun den Papierfalter und falze damit alle meine Falzkanten noch einmal nach. Auf die kleinen Flügelchen meiner gebastelten Schokoladenhalterung bringe ich die Abreißklebeband auf. Die Halterung kann ich dann mit der in das Designerpapier kleben. Die Grundform meines Gastgeschenks ist damit fertig. Nun kann ich individuell dekorieren. Für mein heutiges Design stanze ich mit der Kreisstanze 2,25 cm ein Stück Pergamentpapier. Bei den Finlitzformen Blütenblätter und Co. aus dem Frühjahr-Sommerkatalog findet ihr einmal ein wunderhübsches Etikett und zwei schöne filigrane Blütenmotive. Für die Blütenmotive nehme ich meine Big Shot, die Grundplatte, die Präzisionsplatte, lege dann ein Stück flüsterweißen Farbkarton und die beiden Zinnlitzformen auf. Um das Papier aus der Stanzform zu bekommen, nehme ich meine Bürste für Big Shot Stanzformen. Mit dieser Bürste könnt ihr nachher dann auch das Stanzteil von den übrigen Papierresten säubern. Das Etikett für mein Gastgeschenk wird embosst. Hierzu nutze ich erst den Embossing Buddy, um das Statische von meinem Papier zu entfernen. Im Stempelset Blütentraum finde ich einen passenden Spruch für mein Gastgeschenk. Um den Text zu embossen, stemple ich erst mit Vasermark auf dem Papier ab. Im Gegensatz zu normaler Stempeltinte trocknet Vasermark recht langsam. Daher hält mein Embossingpulver wunderbar auf dem Papier. Mit dem Erhitzungsgerät föhne ich nun mein Papier von unten, bis das komplette Pulver sich verflüssigt. Beim Föhnen von unten lauft ihr nicht Gefahr, dass das Pulver durch den Föhn weggepustet wird. Um den Text nun akkurat auszustanzen, nutze ich meine Big Shot und die Magnetplatte. So kann ich ideal gerade das Etikett, die Stanzform über meinem Text platzieren. Hat man mal kein farblich passendes Band zur Hand, nimmt man eines in Flüsterweiß und färbt dies mit den Stampin' Blends Alkoholmarkern ein. Das Band nutze ich nun, um meine Verpackung oben zu verschließen. Meine vorgefertigten Dekorationselemente werden nun auf meine Geschenkverpackung aufgebracht. hat es dazu gehört. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Alternativ zu dem gestempelten Text könnt ihr auch das Etikett mit dem Namen eurer Gäste beschriften. So dient das Gastgeschenk gleichzeitig auch noch als Tischkarte. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Hier habe ich noch ein nächstes Video, was du dir direkt anschauen kannst. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um über jedes neue Video informiert zu werden.